Swing dein Ding! So, was haben wir denn hier? Allein, das sind mir eindeutig zu viele Wege, wo ich langlaufen kann. Du musst ja trotzdem überall durchlaufen, weil du ja immer noch diese Punkte finden kannst, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wofür diese... Wofür diese grünen Punkte gut sind, das habe ich keine Ahnung. Und deswegen musst du trotzdem immer noch überall mal hinlaufen und gucken, na, ist da noch vielleicht was? Du bist ja auch hier mit einem, suchst ja auch dumme Eier, suchst ja hier. Dann musst du natürlich mal überlegen, na, es ist für noch irgendwie ein verstecktes Ei und sowas. Man muss natürlich jeden scheiß Weg abklappern. Dein Ei! Der sucht überall Eier und dann liegt da eins. Meine Rüstung! Gib mal das Ei hier! Neh mal drauf jetzt! Schön auf die verfickten scheiß Drecksbeine! Jetzt den nächsten! Nein, da hilft jetzt keiner mehr! Am Arsch ist jetzt duster! Ich mach jetzt voll Noob like den, ey! So, jetzt haben wir das Ei gefunden, jetzt wissen wir schon mal, dass wir hier nicht lang müssen. Ich hab keine Ahnung, ob wir da nicht schneller sind. Ich glaub aber mal eher nicht. Ich frag mich, wie lange das braucht, bis dem sticht wird. So. Genau! Dreh dich bloß nicht um! Lass die Scheidler von hinten kommen! Und dich rotzen, blöder! Einfach drauf da jetzt! Ich seh nix! Aber ich hab immer weiter weg! Da ist nix mit Strategie hier! Ich hör mich, ob es mehr als nur ein Ei gibt! Was kommt da? Ja, du hast es denn gerade in der Hand, daher hat mir das Ei gar nichts gebracht jetzt! Danke trotzdem! So, was haben wir hier? Wahrscheinlich noch ein paar Kisten! Easy! Wusste ich doch! Naja, es läuft ein bisschen besser als sonst so, ne? Muss man ja, muss man jetzt schon sagen! Also ich... hab dazugelernt! Man hat halt mich geübt, hab ich da! Nein, hab ich nicht! Oh, jetzt wieder Steichenmodus! Das wird ziemlich sinnlos! Au! Uh, perfekt! Und was machen wir jetzt? Jetzt besorgen wir uns Schinken, würde ich sagen! Bin ich hier richtig? Muss ich hier sein? Die Maus! Oh Junge! Wie sieht's aus? Hast du was zu beißen da? Oder ist grad schlecht? Ist glaube ich grad schlecht! Machen wir mal lieber... Au! Scheiß Katzenvieh! Stellen wir ihn mal lieber nicht, würde ich sagen! Oh! Ladebildschirm, ladebildschirm, ladebildschirm! Er ist so ladig! So rollig! Trotz Turm! Ah, freigeschaltet! Also Genskopf-Punkte! Von Gilead! Auf Normal! So, ich hab 30 besiegte Vereine nach Buchung 12! Gesammelte Punkte 500! Ja, 100! Verstecktes Allgefunden hier! Baches! Anscheinend gibt's bei jedem nur eins! Ansonsten, ähm... Ansonsten würde da stehen, 1 von 2 war sowas gefunden! So, was ist das denn? Errakon kann jetzt Feuermagnet nutzen! Benutze LT und B, um Feinde zu verbrennen! Ach! Seit wann kann ich das denn? Schön, dass es jetzt urplötzlich kann! So, jetzt muss ich mal kurz meine Katze da wegscheuchen, weil die Link ist! Da ist Katzenvieh! Ah! Was ist das? Prisma Halo! Okay! Start! Ah! Heimlich was getrunken? Hat man ja auch gar nicht gehört jetzt! Oh, schon wieder alte Streifen im Fernsehen! Ach Gott! Holy Shit! Assassin's Creed 3 Parcours! Nicht vergessen! Drücke und halte LT und drücke anschließend B, um deine Feuermagie zu benutzen! Weiter mit A! Pass auf! Da unten ist ein endloser Abgrund! Hahaha! Brumm stand man nicht im Weg! So! Das war jetzt schon irgendwie lustig! Das war eine Kombo und die hat fast gebracht! Gar nichts! Weil der letzte Schlag irgendwie voll daneben ging! Wuppidu! Aua! Aua! Gim ihm! Ich war's! Buh! Nix! Das ist nix. Nein, nein! Da sind sie! Sie dürfen nicht entkommen! Und tschüss! Sei verdammt! Nein! Jetzt geht's besser! Wiedersehen! Wiedersehen! Oh! Bullshit! Immer weiter nach oben! Oh! Kipp um! Ach, jetzt funktioniert es auf einmal, wo er auf dem Rücken liegt! Okay, coole Scheiße! Wieso hat Bro mehr Leben als ich? Ich bin der Bombenkerl hier! Stand ich im Weg? Oh, es tut mir aber leid! Oh, was war das? Boah! Voll den Arsch! Voll in den Dreck gegen den Arsch rein! Ey, hab ich echt direkt in den Arsch rumgepopelt, ey! Okay! Hier Bro, nimm du mal! Ja, dann nimm ich Zeit! Gut, hier komm ich nicht lang! Komm ich auch nicht rein! Oh, was für ein Zufall! Ich komm hier lang! Und das Moment ist bei vor! So, her damit! Rum stirbt eh! Er braucht die Kugel! Nee, nicht! Ja, den Inneneuchter würde ich aber auch mal verklagen hier! Ich muss runter, ne? Okay, geh ich runter! Nein! Unsichtbare Mauer! Unsichtbare Mauer! Ey, es ist doch immer das gleiche, weißt du? Oh, plötzlich springst du hinter die, damit du sie auch gar nicht runterschubsen kannst! Und du hast dann genau so, dass dann nix passiert für dich! Danke! Mach's! Verdammte Kacke geht das einfach dir um zu töten! Wunden! Wunden! Immer drauf! Hier! Immer drauf! Da! Und Schiss! Und Schiss! du bist erledigt BOOM ach was wir müssen ganz nach oben ja genau lass uns uns nicht einen weiteren Weg basteln der überhaupt keinen Sinn hat und damit die Leute noch mehr arbeiten müssen und Kohle verschwendet wird yay warum haben die da jetzt keine unsichtbarung auchingemacht da drüben wo schwingende Ding den runtergeschossen ja anscheinend habe ich einen runtergeschossen hab ein Auge auf sie immer drauf da jetzt da gehe ich nix da oh oh hoppala so langsam wird es ein bisschen komplizierter den ganzen so ich brauche Hilfe ja wenn ihr die habt dann bloß nicht bedrücken bei uns schleuern die eh nur nach hinten so dann gibt es mal Gnadenschuss und die Phrase Leiste lauf 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 ich glaube ich sehe da unten ja da unten ist ein Ei scheiße war ich da schon Ki Ei auf Wundern ganz ehrlich das hätte ich voll übersehen ne so wir müssen wieder hoch guck mal an hier der hat da zwei Eier bei sich in der Festung versteckt und behält die Kackenpreis für mich ey äh für sich ey so wollen wir weiter lauf 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 unsichtbare Mauer mal klar vor allem wie unten drunter noch schön Feuer kokelt hier möchte ich auch gern Urlaub machen Oh Anzeige das heißt sie müssen irgendwo Gegner sein oh ja bin ich gut halt die Fresse Äragorn gar nicht aber bis dann mal nicht ich sehe sie doch gehen nach den Tod im Turm hmmm nein Aragorn Soldaten ich bereue nicht ich bereue nicht ich bereue nicht Umfeld kon von Confused mäßig runter ey aber wie schön Drei ist da Drei ist da ja da wird's wird nicht besser ok sollen wir das da aktiviert gucken erstmal hier das freut mich doch jetzt geht's mir viel besser dann gehen wir jetzt am besten zurück ey 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 boah boah kann man das bestimmt wahrscheinlich so ein paar so ein Knabenchor die das sind das sind so sechsjährige die jetzt schon alle zu viel geraucht haben und sowas das halte ich für eine pure Übertreibung du hast kein Leben alter habala falsch ja aber du sollst mich doch vernichten das hat das mit lernen zu tun das hat das mit lernen zu tun das können nicht nach unten sehen zu spät laufen wir liefen und liefen ab und zu liefen wir auch mal ein Stück Brumm na los du musst klettern ach komm schon das ist doch voll cool ach du scheiße fast Fall 40 90 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 paar γ kommt um eine dumme gott du mein gott du mein gott du mein gott du mein gott du meine wohnung ist ja nicht mehr müssen weiter jetzt kommt übertreibt es nicht Prozent Prozent Nr. Was wird das denn jetzt? Bullshit Du kannst nicht drunter plumpsen, ist ja dumm Also nochmal, weil es ja auch voll die schwierige Kletterpassage und so ist, ne? Boah, dieser Knabenkoll nervt langsam Halt auf zu rauchen, ihr Schweine Wow, das war knapp Come on, Brum Voller Sack will wahrscheinlich Die sind fällig! Sie dürfen Dotsa nicht erreichen! Meine Rüstung! Meine Rüstung! A Brum, du Feuers! Oh, fucking Double Kill! Bye! Was war das? Was war das? Vielen Dank.